Du Käthe! Was? Ich hab heut Nacht auch was träumt und ich weiß sogar noch was. Was? Du weich es noch? Ich hab was? Du, ich hab träumt, ich sei gestorben. Neu! Doch! Im Ernst? Aber Schatz, du bist in den Himmel gekommen, oder? Nein, nein. Andere Richtung, unten, nach unten bin ich gekommen. War mir schon klar. Dann bin ich da vorne im Tor gestanden und hab einmal klopft. Und dann hat er einer aufgemacht, tatsächlich. Neu, echt? Im Ernst? Wer? Dann ist er vorne gestanden, der leibhaftige Teufel. Oh Gott, ist ja gruselig. Er hat gesagt, willkommen in der Hölle. Da hab ich gesagt, naja, du kannst es gut sagen. Jetzt geh ich mal auf die Seite, ich will rein da. Und? Hat er den eingelaufen? Ah ne, der ist wütig geworden. Ah ah. Der ist richtig wütig geworden. Der hat angefangen mit Stinken und weiß ich was noch gesagt. Was erlaubst du dir, Karl Eichen? Hat er gesagt, alle Menschen fürchten sich vor mir. Warum fürchtest du dich nicht vor mir? Oh, jetzt krieg ich ganze Gas. Das ist ja gruselig. Ich hab gesagt, es kann sein, dass alle Menschen vor dir angestanden. Aber ich nicht, hab ich gesagt. Ich bin schließlich seit 30 Jahren mit deiner Schwester verheiratet. Oh Mann! Ah! Oh Mann! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020